Bis zur Bundestagswahl wollen wir Ihnen die Bundestagskandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien aus unseren drei Wahlkreisen vorstellen. Im folgenden Kurzcheck können Sie sich vorab informieren. Nach den Nachrichten folgt dann ein ausführliches Gespräch. Heute stellen wir Ihnen aus dem Wahlkreis Zollernalp-Siegmaringen den Bundestagskandidaten der Grünen Johannes F. Kretschmann vor. Sie hat es gut gemacht, mit ihrer Ruhe in vielen Bereichen Deutschlands für langanhaltende große Stabilität zu sorgen. Sie hat es versäumt, dass Deutschland das maximale Gewicht in die Waagschale wirft für ein starkes Europa. Dem Behaarren auf vermeintlicher Sicherheit und dem Mut zur Veränderung. CO2-Emissionen zu vermindern, drastisch zu vermindern und aber auch andererseits CO2 zu binden, also CO2 senken, zu schaffen und zu stärken. Europa stärken, Wohlstand sichern und die freie Gesellschaft erhalten. Weil meine Partei und ich begriffen haben, dass wir in Zukunft nur dann ein gutes Leben führen werden, wenn wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und die planetaren Grenzen respektieren.